ja und was kann ich denn dafür nein jetzt sind wir quitt nein doch wir sind quitt du hast mich zweimal hängen lassen okay jetzt jetzt werden wir feinde tut uns leid leute aber jetzt wird es einen krieg geben zweimal 50 münzen die hätten sternkosten können kann ich denn du hast ja noch genug münzner richtig was denn so mehr roulette machen ja wohl 30 runden deswegen so viel bekommen jetzt zahl ich sie echt nein das möchtest du nicht das möchtest du nicht wir sind soziale leute jetzt gibt es krieg noch mal eine runde computer kann man nicht gewinnen solltest mal kurz warten warum ich was gucken wollte drehen oh mein gott ich habe ein controller verfehlt kacke gebaut gar nicht das geht gar nicht geht tut das auch nicht ziehen aber das funktioniert echt nicht mit computer ich habe mir verschluckt kann sie kannst du nicht sagen wie ist ob es funktioniert oder nicht da wollte ich schon mehr muss das hat es so kommen wir auch nicht anders war gehen leider stelle ich auch nicht lang als das langgang 31 jetzt ja 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 will immer gucken ja komm die runden gehen schnell vorbei als ich gesehen habe 20 runden dachte ich so weißt du was kann denn dauert der bestimmt ist klar war schon 29 ich muss oben sein und mindeste acht haben damit ich glaube ich hinkommst 88 du dich mit donk an die mit donk gucken kannst du dich zusammen tun erzählen nur 85 gab es nicht nachher am ende wenn du 100 münzen hattest noch ein stern ja gab es aber es gab in den letzten fünf runden glaube ich dass das auch mehr dann an münzen gibt sogar gestandert rennbahn die scheiße habe ich gehasst machst du das gar nicht das habe ich gehasst drücken beschleunigen loslassen bremden bremden ist bremden geht doch gar nicht noch nach hinten geht wieder nach vorne ja das ist das extra ist genau das gleiche loslassen ist bremsen drücken ist beschleunigen ich habe immer früher die kaufen machen ach so deswegen ja geht doch gar nicht und ich dachte ich muss immer die kurven gehen früher ne au 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 schon wieder wird gleich überholt ich habe ich gar nicht gedacht es ist auch verdammt schwer ja jetzt auch also weil sich ab der zweiten runde habe ich dann erst gecheckt wie es funktioniert am besten ich habe das früher immer gehasst ich habe noch genug ich habe noch genug und zwar nur reines glück du wolltest mit sternen abziehen bestimmt ich sage ihm am kreis total abfügt doch fahren wir aber weiß und okay also weiß kasse dass tschüss donkey gong captain ich komme hier würde mir da einfallen vor ever na denn du weißt ja ne klasse immer schon was einfallen muss dann ausgeben also muss ein stern ausgeben das war klar den hol ich wieder das ist normal dass wir den cloud dieser stärke geht ganz hat im kreis wer meist im münzner kriegt hin ja ich habe es gemächt ist ja das ist doch blöd man holt sie nachher noch münzen von mir eine kleine hund dann habe ich sagen wir freunde werden schon wieder aufs rote feld weil ich gleich wieder tausend spiel möchte und er sagt man kann ja nicht gewinnen tschüss donkey kong von einem stern ja wenn du mit computer machst kannst du nicht gewinnen und der fühlt sich haben möglich kann der schee auch nicht vorbei aussetzen denn auch wieder ein team ob abfahrt wie viel zu langsam waren ja ich bremse diesmal nicht aber das war ja ok ok nur aspem und dann denken ja mein gott ich habe angst h weil wir beide richtig lenken dann braucht man auch nicht bremden das passt dann nämlich schon der fing auch schon weh ja hoffentlich kameralenkung total fies wie ist die arbeit der fing auch ich habe ich kann ich kann ich kann ich kann mein finger normalerweise muss ich hinlegen und mit dem zeigefinger ja du kannst sie lenken